Ferrari ist mit seinen neuen Modellen immer wieder für eine Überraschung gut. Und die Einführung des schönen Zweisitzers 550 Maranello, benannt nach der berühmten Autoschmiede in der Nähe von Modena, bildet da keine Ausnahme. Wie sein Vorgänger, der 456 GT, verfügt der 550 über einen Frontmotor. Eine Besonderheit, von der die meisten Fans glaubten, Ferrari habe sie mit dem sagenhaften Daytona-Coupé hinter sich gelassen. Unter seiner glatten Motorhaube verbirgt der 550 Maranello einen meisterhaft gebauten V12-Motor mit 485 PS, der den Wagen in nur 4,4 Sekunden von 0 auf 100 dringt. Lassen Sie ihn freien Lauf und erleben Sie, wie dieses Supercar mühelos 320 kmh erreicht. 320 kmh 320 kmh 320 kmh Das luxuriös in Leder gehaltene Cockpit bietet hinterleuchtete Instrumente und Ferraris traditionelle offene Schaltkulisse für die 6-Gang-Handschaltung. Mit dem 550 Maranello hat Ferrari eine neue Richtung eingeschlagen. Der Frontmotor und das Styling rufen einerseits Erinnerungen an die sagenumwobenen Autos wie den 250 GT-Wachen. Andererseits aber sind die modernen Ferraris auch die elegantesten, die jemals produziert wurden, sodass die Wachtelisten für die neuen Modelle ständig wachsen. diaper-elemente Bis zum nächsten Mal.